Wollen wir da noch bleiben? Habt ihr mit der Mutter was rein? Habt ihr die Mutter irgendwann heute Nachmittag wieder ihr Konzert, sagte sie? Ja, wir müssen uns schon gehen. Die haben von uns ein Konzert, aber die wollen vier Wege. Gehen wir in den Plätzen und haben Angst, dass die Kegel voll wird. Ja, wir können ja mal gucken. Wir melden uns mal. Ja, okay. Ich weiß nicht, dass die Mutter so um die zwölf Uhr unserer Zeit wieder da sein müsste. Sie ist gerade fertig. Ich fragte eben, ob sie so gehen kann. Ja, es ist jetzt um fünf und nach halb elf, um elf ist die Kegel. Naja, sie ist ja um zwölf Uhr wieder da, unserer Zeit. Halb eins sind wir eigentlich so fertig. Mitten mit unserer Zeit, also bei euch hat es zwölf. Okay, gut. Dann melden wir uns, wenn sie dann noch wach und fit sein sollte. Dann melden wir uns mal und sonst müssen wir halt mal gucken. Ja. Okay, dann... Ja, wenn sie wach ist, mach ich, ne? Okay, macht's gut, ne? Bis später, tschüss. Und jetzt, einen würdchen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Daher ist das. Ich weiß nicht. Was.